Ich glaub, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig? Oh mein Gott, Super Craig! Super Craig, halt durch! Scheiße, ohne Kompressor krieg ich die Lava nicht weg. Halt durch! Wir finden was, wo wir Toolshits Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig, wir werden dich retten. Mach was, Toolshed! Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt, schon vergessen? Schon okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig, wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn, aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein! Mein Leben zieht an mir vorbei. Wegen, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich nen Scheiß-Kompressor! Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Jetzt haben wir endlich den Kompressor freigeschalten. Was machst du da? Bist du irre? Ist dir klar, was für ne Furzkraft man dafür bräuchte? Scheiße, das macht sein Arschloch. Was ist passiert? Der Neue hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Oh. Schnappt euch da aus. Ich versuche, Super Craig zu stabilisieren. Au, fuck! Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war ne Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Super Craig, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Hey, das war echt cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team Vollarsch. Ja. Das heißt, auf einmal Vollarsch. Na was jetzt? Beide, das ist richtig. Komm mit mir, Wunderarsch. Arschloch. Wunderarsch und Vollarsch. Ja, das ist unterschiedlich. General Disaster? Bist du da? Okay, Wunderarsch. Wir müssen auf dem Wassertopf, um ein bisschen Folz-Kur-Action zu machen. Wir sind alle verbrannt, oder? Scheiße. Vergesst es, Ordnungsfanatiker. Hier ist Chaos-Zone. Und stell den da mal ruhig. Der ist super nervig. Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt... Hey, was ist da unten los? Ihr werdet für alle Schäden haftbar gemacht. Was ist da, die Flasen da? Toolshed ist da! Geht doch! Wir müssen einen Weg darauf finden. Und mit wir meine ich dich. Ich glaube, das geht von ganz unten. Das geht von ganz unten gar nicht. Nein, mit dem Windrad. Achso. Das Windrad ist da oben schon. Ja, ich glaube, das geht von ganz unten. Hörst. Wow! Von hier oben kann man alles sehen! Scheiß drauf. Was ist da oben können? Obw, ist das da oben? Passt da schon, passt da schon. Viel lang, Schnucki! Du kannst für dich Spagetti haben. Machst du schon Spagetti? Na, kannst du irgendwas gegen die Lava ausrichten? Cool, shit, hat, was du brauchst! Nice! Okay, dann mal weiter, Vollarsch! Okay, dann mal weiter, Vollarsch! Schon weiter. Aha, Alufolie. Was ist da drin? Wer flinkt da? Nein! Jetzt hat was eingefangen. Ich habe keinen Platz gekriegt. Da müsste ich ja wieder was ausrichten können. Unter DNA haben wir auch noch gekriegt schon. Na. Na, das ist 40%ig schon. Okay, was ist das fürchte, was wir reinstecken können? Da kriege ich aber Rückstoß, 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 Kombo, Schaden. Ich muss aber reinstecken. Rückstoß, Kombo, Schaden! Kombo, Schaden, ja. Staden! Oh! Kennys Schwester. Ich weiß, wann Kennys seine Schwester ist, würde es alles leichter machen. Aber sie ist fort. Wer Lava wird fließen! Chaos wird wirrschen! Geh! Ich will schauen, ob ich den Plan ändern kann. Weil ich ehrlich gesagt, statt einen Kuhn lebe im Käpt'n Kettin. Der Tool Shad ist eigentlich auch unmöglich, aber der ist gesperrt. Aber besser als der Kuhn, der Kuhn ist nicht so toll. Ich werde bestimmt Lakae des Monats! Ich werde Lakae des Monats. Ich habe blöde Angriffe, das habe ich immer gedacht schon. Prügelt für die Gerechtigkeit, sehr gut! Grundgütiges Chaos! Nicht übel, aber Diabetes ist zäh! Chaos ist unausweichlich! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Beuge dich Chaos oder zahle den Preis! Dein Angriff steigert nur meinen Zorn! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung! Holzschlitzer! Du nimmst sie auseinander und ich zermahle sie dann zu Staub! Der hat vielleicht Nerven! Es ist mein turno! Au! Wir haben dir echt die Streben verbogen, Human-Kite! Ich strebe immer noch, keine Sorge! Oh yeah! Wir haben überhaupt keine Chance! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Äh! Entfess... ... Du wirst viel Höchst, nicht hin! Und du wirst viel Höchst, nicht mehr von... ... ... ... ... ... ... ... Wow, hier unten lebt noch jemand? Ja, gar nichts. Ja, machen wir sie platt! Lust auf ne Runde! Chaos? Ein Werkzeug ist bereit! Stoppenschraube! Ha! Die packen wir easy! Kempendiabetes ist kampfbereit! Wischen wird Zucker durch meine Ader fließen! So ist es so, als hätte das richtig wehgetan! Fühlt ihn schon von Hubenkeit! Erledigt! Das will ich haben! Nebelmaschine von Little Terrors! Ich höre Katzen! Ich höre Katzen! Meine Kuhnohren hören Katzen! Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh mein Gott! Der Selbstjustizler! Ganz genau! Der Kuhn! Und so ein kleines fettes Kind! Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätsware! So eine Katze würde direkt an den Post gehen! Du Idiot! Du sollst ihn nicht erwähnen! Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen! So, ich werde den Plan kurz ändern. Bei mir selber geht das. Der Tacken. Kann ich jetzt nicht ändern, oder? Wehrkräfte! Weil der ist irgendwie... Der macht so viel Damage. Aber der ist irgendwie Scheiße! Ja, die sind alle irgendwie blöd gerade! Den da könnte ich noch machen, aber der wird nicht verstärkt! Vielleicht lass es einfach so, wie es ist. Dann mal los! Jetzt werden Schurken genagelt! Wow! Der Betis hat hier gar kein gutes Gefühl! Das packst du schon! Sehr gut, Wunderarsch! Ach, was falsch ist! Dann mal los! Ja! So geht's! Drogen ist richtig krass! Ihr wisst nicht, mit was ihr es hier zu tun habt! Nein, du greifst mich nicht dran! Nappt! Einmal aussetzen, bitte! Es liegt was in Dello, der Jungenkeit! Ich will ehrlich sich nicht kaputt machen. In Deckung! Jetzt kommt das, das Arschloch! Nein, du sollst... Du kannst wohl Hilfe brauchen! Jetzt kommt das weg! Hier war ein Callgirl, Tiss! Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Callgirl! Callgirl ist kein Passwort zu komplex! Vorsicht! Kämpfe der Betis hat hier gar kein gutes Gefühl! Wow, pass auf! Oh, pass auf! Was ist das? Kann ich mich nicht angucken? Ja! Start klar! Ich habe mir verbrochen. Heinen. Ich habe mir dann auch ganz gut wie mal da. Aber da? Zieh! Rindwegung! Wohl, ich will sagen, kämpfe der Betis hat. Ich habe aber 14 aufgemischt. Okay, hör zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sexquessler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzen, Pisschen, die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Wir sind tote Männer. Echt krass, Alter. Los, hier lang. Es regnet kaum.